Herzlich Willkommen zurück zur Spark Challenge. So Freunde, ich habe jetzt die ganze Weile rumgestanden, habe hier richtig abgeparkt, aber irgendwie kommt hier nichts. Hier ist Totenstille. In meiner Mopfarben kommt nichts. Warum eigentlich nicht? So schlecht ist die doch ja nicht. Hm. Also, was machen wir? Ich würde sagen, äh, na scheiße, draußen ist hell, hell ist Kacke. Weil eigentlich müsste ich jetzt ja Enderperlen mäßig was finden. Aber dabei fällt mir noch was anderes ein. Ich könnte mir ja schon mal die Richtung ankicken, in der ich laufen muss, um das Endportal zu finden. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Achso, da war ja noch ganz schön gewesen hier. Naja. Naja, das geht erst noch voran. Na gut. Immer mal tauen. So, das werde ich erst mal freundlich vor der Haustür schmeißen. Nein. Oh, jetzt sag mir nicht, ich habe das gerade zerkloppt. Ne, da ist es. Oh, Gott sei Dank. Oh, wo ist es jetzt? Äh, in die Richtung muss ich denn. Zack, da haben wir angefangen. Sehr schön. In die Richtung muss ich. Ich kam glaube ich aus der. Naja, gut. Wenn sich meine Informationen im richtigen Rahmen bewegen, dann heißt das immer so, ab dem Spawnpunkt, so irgendwas um die, ich glaube, 1000 Meter oder sowas, 1000 Blöcke, hat man denn das Portal. So, meine Schwerter neigen sich dem Ende. Meine Rüstung, naja, Schuhe und Hose könnte man theoretisch, die Kettenhose. Was ist denn eigentlich? Obwohl, das können wir zusammenheften. So, wollen wir noch ein paar Feine machen? Ne, wollen wir nicht. Effizienz, Heldbarkeit. Hm, Glück. Ach, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Erstmal machen wir das Ende. Und zwar mache ich das so und so und habe hier erstmal wieder einen fast perfekten Brustpanzer. Das wird schon mal erledigt. So, nehmen wir uns ein bisschen Material mit. So, ein paar Pfeile nehmen wir uns noch mit. Was haben wir hier noch? Schöne Direktdaten, Feuerschutz. Nehmen wir uns zur Sicherheit mit. Ich gehe ein bisschen gleich nachher raus. Also, so einen Stärketrank könnte ich mir eigentlich noch machen nächstes Mal, wa? Das wäre ja eine Maßnahme. Okay, haben wir nochmal eine Effizienz und Haltbarkeit. Gut, äh, Glück brauchen wir jetzt nicht. Nicht der Besteuert, warum wir micken jetzt nicht hiermit? Das ist doch viel ja Quark. Das ist doch viel ja Schwachsinn. Eine schärfe vier. Gut, den Bogen reparieren. Äh, wie repariere ich denn jetzt den Bogen? Äh, Bogen. Ähm. Wo mag ich denn das? Stärke drei. Mit der man noch Schärfe, Stärke, Schärfe. Schutz. Das war der Scheiß. Wie kann ich denn den Bogen nochmal reparieren? Wie war denn das? Hab ich vergessen? Gut, dann mag ich mir nächstes Mal neun. Auch egal. Äh, was haben wir denn? Immer noch Hill draußen, aber Sonne geht langsam und so sicher geht die unter. Juh, äh, geht zu. Okay, okay. Äh, was haben wir denn? Ob zehn Level haben wir hier? Wollen wir nochmal schauen. Ist ja schon mal auf der Lauer stellen. Eigentlich könnte ich mir auch so ein Piston-Ding hier machen. Ne, mach ich nicht. So, das geht gleich unter. Das heißt, da jetzt gleich los. Ich werde nochmal ganz kurz... In die Höhle kann ich... Doch, in die Höhle kann ich ja eigentlich gehen. Höhle, 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 Höhle. Kicken wir mal. Da war doch irgendwo jene. Irgendwo da hinterm Wassergrüppig war jene, wa? Vielleicht treffen wir schon Farben in der Menn. Mal gucken. Ein paar Perlen werden wir brauchen. So. Ich glaube, das war hier irgendwo hings abwärts. Irgendwo so... Ah ja. Kick. Da haben wir. Oh. Ich hab jetzt keine... Ähm... Hätte ich mal ne Hacke mitgenommen. Wären die schlecht gewesen. So, machen wir erstmal den da hinten. Na... Da. Wo ist dein Verstecken? Ich seh dich trotzdem. So. Wo ist der Creeper? Da ist er. Hallo? Warum versteckt denn der sie jetzt auch? Mein Gott. Und weg. Sehr schön. Gut. Da hinten sind Zombie. Die machen mir keine Angst. Boah. Hier sind ja noch richtig Rohstoffe. Kohle, Eisen. Ist ja alle da. Ist ja lustig. Ja. Ich hab den Kopf machen brauchen. Na gut. Machen wir nächste Runde. Ist egal. Ist die Merkt? Ja. Ja. Brüll da rum. Würde ich jetzt hier gerne ausleuchten. Aber das macht nicht wirklich Sinn, wenn ich die Viecher haben will. Oh. Alter. So. Jetzt aber. Zack. Weg. Hä? Stürm. So. Da kommt noch einer. Das ist auch kein Problem. So. XP nehmen wir auch mit. Wollen wir alles haben. Brauchen wir alles. Da ist noch einer. So. Na gut. Dann nutzen wir das halt ein bisschen für Level. Nene. Verdammt. Ich dachte, ich krieg' ihn noch. hier war doch eben noch da ist noch ein slime dahinten den holen wir uns den holen ob ich brauche weiß ich nicht ich nehme einfach mit so viel auf einmal nicht alle auf einmal was ist hier los was ist hier los was ist hier los ich doch nicht doch nicht doch nicht doch das ist meine schleimkugel so weg da alter schwede mein gott macht doch nicht so weit mit mir ich wollte doch nur den slime haben schweine hat würde ich sagen so auf damit außerdem aufsammeln du darfst auch noch mal die sterbeerlaubnis von mir ist der burg und ist denn mal später aus du brauchst du an die verstecken auch dich säg ja noch brauchen wir knochen und so machen eigentlich die blauen als ideen hier eine deko oder man weiß machen wir mal diesen hier und weg weg mit dem müll weg mit dem müll schweinchen gibt noch ein paar pünktchen ich wollte gerade sagen spinne ich bin schön doof ich suche nach ändermänner und was ist ich gehe richtung wasser was können die nicht leiden wasser naja gut so viel dann dazu geht gerade richtig oder gehe ich schon wieder verkehrt und die die verkehrt hundertprozentig hinten ist noch ein slime gehören zombie habe ich den gehört soll ich höre ihn doch verstecken sie sich doch wieder oder alles eine kuh dahinter doch nicht hätte ich werden können dahinter hat sich irgendwie versteckt hinter der kuh apropos kuh da fällt mir ein ich wollte ja eigentlich ursprünglich noch ein paar kühe fällen schlachten fällen sag ich schon ein paar Bücher machen die brauchen auch Bücher ich weiß immer noch nicht warum ich jetzt so scharf auf die slimes bin weil eigentlich brauche ich die ja nicht slimes habe ich genug sticky piston werde ich wahrscheinlich ja nicht brauchen eigentlich aber vielleicht brauche ich ja noch mal irgendwann was wer weiß es so genau so sind wir wieder im wasser und genau da wo wir keine ändermänner kriegen so weg da na je doch ne du musst doch wohl nicht etwa hier oh da kommt der nächste schnell genug gewesen siehste man muss nur schnell genug sehn dich kriegen wir auch noch so war schon wieder blöd weil ich bin schon wieder im wasser mann die kraft nicht ins wasser wasser ist blöd wir sind hier eigentlich mal ja eigentlich schon oder ja hinten ist eine fackel da waren wir schon damit hier hoch komme sehr schön dann haben wir da noch Skeletor dann müssten wir da hinten ja eigentlich wieder rauskommen oder da sind ja einfach nur hingefallen damals nee irgendwo hier war ich äh naja scheinbar doch dolle ding hier ist nix also man sollte sich wenigstens eine steinspitze mitnehmen so 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 ja da treibt sich doch ein Zombie rum da kommen wir auch wieder raus kann es nicht gesehen? nö hat er nicht Odin ist es hier noch so macht euch im Gegensatz die platt ist mir auch recht bräuchte nehmen machen wird wieder hell war ich müsste mal wieder richtung bates zurück war die spawn rate der endermänner doch wesentlich besser als hier hat man auch ja gehen keiner ist schlecht auf dem puffer hat die falsche gesichtsfarbe das war schon wieder blöd da guck mal was da ist ich habe ein schärfeschwert aber ich habe hier eine perle verdammt doch ich habe eine perle mutti ich habe noch eine perle mein schärfeschwert ich liebe mein schärfeschwert und verdammt die folge ist schon wieder rum schärfeschwert ist gut so wenn mir jetzt noch jemand verrät wie ich wieder nach hause komme wo komme ich nach hause aber hier liegen noch ein paar levels herum auch meine schönen eier jetzt aber weg sehr schön so ein bisschen eier mitnehmen bisschen xp mitnehmen bisschen schweizpulver mitnehmen bisschen federn mitnehmen äh ja na komm schon im flug erwischt so jetzt muss ich nur auch wieder wo wie muss ich denn jetzt hallo äh ja wo ist mein zu hause wo ist denn mein zu hause ich bin schon wieder verlaufen mein gott das darf doch alles nicht wahr sein hallo 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 ich will jetzt keine schwäne schlachten ich will jetzt keine schwäne schlachten sag mal nun gut aber wir haben es ja eh gerade tag dann kann ich ja auch die folge kurz beenden ich mach dann gleich weiter wobei gleich für mich ist dann morgen für euch bedankt mich im laufschritt für zuschauen und hoffe wir sehen uns morgen wieder bis dahin meine freunde und tschüss